Und hiermit hallo und herzlich willkommen zum Traders Club Market Briefing und wir laufen in Richtung Wochenschluss und blicken mal ein bisschen zurück, ob wir noch auf Kurs sind. Rückblick zum Wochenausblick, was sollte passieren? Die Wall Street Heizgelaufen nach der Trump-Ready sollte konsolidieren in der ersten Woche Hälfte, aber vielleicht nur sehr flach, um dann in den Freitag Happy Friday Fragezeichen wieder nach oben zu laufen. Was sehen wir denn momentan? Wir sehen genau das. Also gelingt der Happy Friday Richtung Allzeithoch, alles wieder gut, der DAX stabilisiert sich vielleicht doch noch am Support. Wir schauen mal drauf, wie die Lage ist, denn heute muss was passieren. Und wir haben heute auch noch Fettschef Paul, der spricht, der im Fokus steht und vielleicht kommt doch nochmal ein Impuls hinein. Ansonsten sind wir doch ziemlich im Basisszenario. Blick zu den Anleiherrenditen wird wichtig, der Wichs wird wichtig, er ist der Volatilität-Index. Und da gehen wir einfach mal ganz unverfroren hinein in den gestrigen Handelstag, der weiterhin in enger Range getrieben bleibt, weil es eben genau diese Erwartungshaltung ist. Die Wall Street wirklich enge Handelsspanne, leichte Schwäche, noch nicht zu große Schwäche, aber ab heute muss eben was kommen. Heute muss ein bisschen was nach oben gehen und die schwache Konsolidierung sollte so langsam eben aufgelöst werden. Im Sinne der Bullen in Trendrichtung, ansonsten kann diese eben doch zu weit laufen und sie gibt dann wieder alles ab. Gestern die US-Nebenwerte, wieder der Underperformer, die hatten ja nach der US-Wahl auch die allerstärkste Performance. Der Rest hier zu sehen, die großen Indizes, ja, nahezu unverendet geschlossen. Also der Dow Jones minimal im Plus, der S&P auf Einstand, der Nasdaq minimal im Minus. Das ist jetzt kein Druck, kein Abwärtsdruck, es ist eben die Seitwärtskonsolidierung, die wir haben, aber sie läuft relativ weit. Wir hatten das ja gestern im Traders Club immer noch ein bisschen besprochen, den Nasdaq ein bisschen live verfolgt. Und der hat sich eigentlich ziemlich genau wieder in der Range gehalten. Blicken wir aber gleich noch drauf, hier die Big Techs zu sehen, die gestern am Allzeithoch verharrt sind. Auch stabil geschlossen, aber stehen eben auch noch am Allzeithoch. Tesla auch im Rücken gehabt mit 40% plus. Seit der US war wieder eine Billion US-Dollar Marktkapitalisierung. Das sind schon ein bisschen die wahnwitzigen Bewegungen, fast schon die gierigen Bewegungen. Und wir laufen gerade in so eine Gierphase hinein und haben eben die Bären auch immer einen Punkt. Aber die Gierphase kann eben in den Jahresabschluss auch noch sehr gierig bleiben. Da ist ein bisschen Vorsicht angesagt. Wir haben bald die Feiertage, wir haben Thanksgiving, wir haben Black Friday. Das sind alles so Umfelde, wo man gerne positiv agiert, wo sich der Kapitalismus ein bisschen selbst feiert. Dann haben wir die Zuflüsse, die Buybacks laufen auf Rekordniveau. Also von daher, ja, Gier, aber vielleicht reicht die Gier eben auch noch für den gierigen Jahresabschluss. Und momentan die Bewegungen an der Wall Street alle noch ziemlich zurückhaltend, eher in bullischen Strukturen. Was nicht in bullischen Strukturen ist, Supermicrocomputer. Ja, die haben ja auch ihren kompletten Ruf verloren. Verloren, vielleicht droht sogar aus der Listing weiter Nasdaq. Minus 80% seit den Hochpunkten zum zweiten Quartal. Minus 80% Supermicrocomputer wert. Da haben sich die euphorischen, gierigen Bullen auch gehebelt hineingestürzt. Hier durfte so manches Konto zerstört worden sein. Also auch interessant, obwohl es auch die Big Techs gut halten. Aber es gibt eben doch die starken Ausreise auf der Unterseite. Stockpicking nicht so einfach. Von daher, gib lieber in ETFs hinein. Das ist immer ein bisschen wieder meine Ansage. Der Blick bleibt definitiv auch gerichtet auf die US-Anleiherenditen. Sag ich ja immer wieder. Und das wird entscheidend sein, wo wir dorthin laufen. Sind wir hier oben. Wir sind wieder am Hochpunkt angekommen. Am Monatshoch. Zugleich der höchste Wert seit Juni. Heute Morgen dort angeklopft. Hier müssen wir zurück. Laufen wir hier oben weiter. Dann kommt ja Druck auf den Aktienmarkt drauf und dürfte dann die Jahresendreddie mächtig unter Graben vielleicht sogar zerstören. Also die Anleiherenditen spannende Phase wieder erreicht. Konsolidieren wir hier. Gehen wir doch zurück. Fallen wir zurück. Denn dann wäre es nur die Chance. Ja, zweite Novemberhälfte. Es kommt Thanksgiving. Es kommt Black Friday. Also eigentlich eine saisonal sehr gute Phase. Also fallen wir hier zurück. Bleiben wir drinnen. Volatil. Das kann ja dann alles auch eine bullische konsolidierende Bullenflacke werden. Stahleranstieg. Bullenflacke. Dann sind wir hier Ende Dezember. Jahreswechsel kann man immer noch mit Trump danach hochlaufen. Und sehen wir in so einem Spike. Egal ob der Spike nun hier kommt oder hier kommt. Wäre das relevant für die Märkte. Die sehr, sehr gut gelaufen sind. Die eine sehr hohe Bewertung mittlerweile haben. Dann gucken große Anleger die großen Hände auch mal. Wo gibt es denn Sicherrendite? Kriege ich nochmal 5% sicher im S&P 500? Oder gucke ich vielleicht mal doch woanders hin. Also das ist dann der Punkt. Also viel steiler dürfen die nicht nach oben gehen. Also hier nun die Frage. Die Fragezeichen habe ich ja schon gepostet. Laufen wir zurück? Stabilisieren wir uns auf niedrigerem Niveau? Konsolidieren wir vielleicht auch nur Bullisch. Aber wären wir halt niedriger, wäre eine gute Chance. Stück für Stück für den Aktienmarkt geht es dann weiter nach oben. Durchbruch wäre ein Warnsignal. Also die Renditen zeige ich jeden Tag. Meiner Meinung nach entscheidend für den Jahresabschluss. Aber möchte ich hier warte ich noch nicht abschreiben, dass wir hier zurücklaufen können. Und sehen wir, das ist mehr mein Basisszenario. Mein Basisszenario ist, die Renditen kommen zurück. Wir konsolidieren Bullisch. Und dann mal gucken, was im nächsten Jahr passiert. Aber eben erst im nächsten Jahr. Der Jahresabschluss. Ich glaube, das Wierige kann noch gieriger werden. Dass die Leute das wieder gar nicht vorstellen können, was noch so passieren kann. Gute Zuflussmonate. Gute saisonale Phasen. Wie eben schon erwähnt. Da kann es, glaube ich, noch extremer werden. Von daher hier der Blick. Ich glaube, Konsolidierung ist drin. Weil nicht. Dann Obacht. Niemand sollte jetzt hier all in den Markt gehen. In den Markt gehen. Auch Goldman Sachs im Übrigen für die 10-Jährige Rendite. Die sehen eigentlich einen deutlichen Fall. Die stehen jetzt bei 4,4% sogar drüber. 4,46% sogar. Wie gesagt, mehr Monats hoch. Goldman Sachs sagt, man fällt zurück unter die 4% in den Jahresabschluss hinein. Mal gucken. Also diese Prognosen auch der großen Analystenhäuser, die sagen, die Renditen kommen zurück. Vielleicht ein Wornsignal, dass es nicht so klappen macht. Aber sehen wir diese Bewegung. So tief glaube ich ja auch nicht. Ich habe es ja eben gezeichnet. Wenn dann eher so eine Konsolidierung. Dann mal gucken, was mit Trump kommt. Trump ist eine Wundertüte. Und eine Wundertüte bleibt er bis Januar. Bis dahin ist spekulativ. Und das Spekulative kann auch positiv genutzt werden. Also Rücksetzer. Goldman Sachs sieht einen scharfen Rücksetzer. Das wäre sehr stützend für den Aktienmarkt. Ich bin eher im Lager. Erstmal ein bisschen konsolidieren. Und dann gucken, wie es im nächsten Jahr weitergeht. Aber das bisschen konsolidieren wäre eben dann pro Aktienmarkt. Zumindest in den Jahresschluss hinein. Der extremer noch werden kann. Hier der Blick zum S&P 500. Das sind die Kassakurse. Cup-and-Handle-Formation noch im Rücken. Die Cup-and-Handle-Formation hat Ziele bei 6.100. Und die haben schon so magische Magneten. Da möchte der Kurs dann auch hin. Insbesondere, wenn er so nahe steht. Und ihr seht es ja selbst. Die Kaltbegrenzung ist hier wieder aktiv. Und die Aussagen zum Wochenausblick waren ja auch. Wir sind heiß gelaufen. Aber nach dieser starken Bewegung kommt meistens nur eine flache Zwischenkonsolidierung. Und dann geht es nochmal nach oben. Und vielleicht nur zur ersten Wochenhälfte. Und dann zur zweiten Wochenhälfte Richtung Happy Friday ziehen wir wieder hoch. Die haben jetzt drei Tageskerzen relativ schwach. Die Bären sagen, das war topisch an der Oberkante. Und wir fallen zurück. Ja, die Bullen sagen, flache Konsolidierung. Hier oben geht es weiter. Und ich bin da im Zweifel eher in der Trendrichtung fokussiert. Dass es dann eher nach oben geht. Danach kann immer noch eine größere Konsolidierung kommen. Dass wir hier hochlaufen. Zwischenschritt. Noch mit einem neuen Hochpunkt schließen. Vielleicht die Woche sogar. Happy Friday. Und danach wäre mal eine größere Konsol möglich. Hier zur Ausbruchzone. Das fehlt auf alle Fälle. Das alte Allzeithoch. Was ist das hier? 5.880 die Zone. Gap-Zone haben wir hier. Das mittlere Bonninger Band. Also diese Bewegung fehlt hier etwas. Aber genau die Worte vom Wochenausblick. Ja, hier der Impuls. Vielleicht nochmal mit einem neuen Hochpunkt kompletieren. Wir fallen Happy Friday danach. Eine bullische Konsolidierung möglich. Der Bereich um Anfang Dezember. Also nach Happy, äh, nach, nicht Happy Friday, nach Thanksgiving, nach Black Friday, dass dann danach sehen wir gerne nochmal eine Schwäche Tendenz. Da gibt es so Steuerverkäufe, um Steueroptimierungen zu nutzen. Das ist nochmal so eine kleine Schwäche. Die könnte man dann nützen für die Konsolidierung zur Ausbruchzone. Und danach geht es weiter Richtung 6.100. Also dieser Plan, Basisszenario, momentan vollkommen intakt, weil wir eben auch hier schwach konsolidieren. Also die Chance, dass wir hier diesen Impuls noch setzen. Neuer Hochpunkt. Danach erst der Rücklauf zur Ausbruchzone. Und verteidigen mit dieser, hier wird dann der positive Jahresabschluss. Euresabschluss mit Ziele bei der Cap'n Handle Formation drin. Was nicht passieren darf, hier dynamisch durchbrechen. Die 5.870, 880. Dort Dynamik durch zur Unterseite. Das möchte ich eigentlich nie mehr sehen. Weil diese Aufblasbewegung wird schon ziemlich stark abverkauft. Das wäre Fragezeichen hinter dem Szenario. Aber das sehen wir nicht. Wir sehen genau das, was wir eigentlich besprochen haben am Sonntag. Wir gehen mal weiter. S&P 500. Der Nasdaq, den habe ich ja am Sonntag auch gezeigt. Dass man hier vermutlich nach dieser impulsiven Bewegung seit der Wahl, das sollte die dynamische dritte Welle sein. Die dynamische dritte Welle, die bringt dann eigentlich eine flache Konsolid und kommt dann gerne noch was nach. Und ihr seht es selbst. Haben wir gestern auch live verfolgt, wie wir unten getestet sind. Und dann die Oberseite angelaufen haben. Auch ein bisschen Rangemark. Aktuell haben wir wirklich etwas Rangemark. Keine großen Trendbewegungen. Und das konnte man eigentlich wieder gut mitnehmen, da dann halt kurzfristig im Markt ist. Aber eben auffällig. Ja, wir haben die flache Konsolidierung. Aber sie läuft ganz schön weit. Sie läuft ziemlich weit. Und wir brauchen jetzt so langsam die Auflösung. Und die Auflösung am besten dann so Richtung Freitag. Müssten wir jetzt eigentlich so abmarschieren und holen dann die 5 hier oben. 1. 2. 3. 4. Die flache Konsolidierung und die 5 mit dem Hoch. Und danach, wie eben im S&P 500, kann man die größere Konsolidierung kommen in Richtung der Ausbruchzone, die dann auch nur eine bullische Struktur haben kann. Also hier das Szenario, was wir gezeigt haben, mit dieser Flacke, die sich ausbilden kann. Wird nun ausgebildet mit Ober- und Unterseite schön getestet. Also sogar sauber ausgebildet. Aber weit gelaufen. Schon weiter ausgedehnt. Das hier hat jetzt 2. Aber nicht zu viel. Also diese Rennbewegung, das hier ist jetzt absolut keine zu bärische Bewegung. Das ist genau diese bullische Konsolidierung, die wir erwartet haben. Aber es wird Zeit. Jetzt sollte man die Flacke nicht auf der Unterkante reißen und Dynamik aufkommen lassen. Das wäre das Fragezeichen. Das wäre das Fragezeichen hinter dem Szenario. 21.000 hier im Future. Das soll nicht passieren. Jetzt müssen wir stabilisieren. Wir haben ja gestern schon gesehen. Tieferes, tieferes Tief. Tief, ein höheres Tief, nochmal ein höheres Tief, als dass hier vielleicht schon eine Stabilisierung stattfindet. Grundlage für den Happy Friday. Mal sehen. Also hier auch komplett im Szenario drin. Aber es kommt jetzt auf die Bewegung an, dass wir nach oben laufen. Jetzt muss was passieren. Stützer. Wo kann die Stütze herkommen? Volatilität-Index. Gestern ist er wieder unter 14. Ihr fallet komplett im saisonalen Muster. Bis zur Wahl hoch. Nochmal über 20. Und dann der Volatilität-Index, der nach unten fällt. Und gestern haben wir sogar den tiefsten Stand seit Juli erreicht. Also der Wix könnte stützen. Müssen jetzt nur noch die Anlehrerenditen nachkommen. Also die waren gestern hoch. Heute weiter hoch. Die haben dann, dadurch wurde der Volatilität-Index Wix auch keine große Stütze. Aber kommen jetzt die Anlehrerenditen auch wieder zurück. In diesem Muster, was ich euch eben gezeichnet habe. Gute Grundlage. Auch mit dem Volatilität-Index Wix, der sehr niedrig steht. Gute Grundlage bildet damit für den positiven Jahresabschluss. Dann würden die wieder Hand in Hand gehen. Und dann alle, die sagen, ich muss auch die große Konsolidierung kommen an der Wall Street. Da kommt sie eben nicht. Da kommen nur diese Bilder, die ihr euch eben gezeichnet habt. Also Volatilität-Index Wix wäre schon vorbereitet für den Happy Friday. Müssen nur die Renditen heute noch mitspielen. Und vielleicht kann ja Jerome Powell heute 21 Uhr ein bisschen helfen. Die große Differenz besteht zwischen US-Markt, Wall Street und Europa. Hier der Euro-Stock zu sehen. Der steht auf 3-Monats-Tief, ist er nun angekommen. Seit der Wahl 5% nach oben. Also das haben sie auch beim DAX gesehen. Das ist auch eine Warnung. Das ist definitiv eine Warnung, dass wir diese große Differenz haben. Wall Street allzeit hoch. Der DAX verletzten Support. Europa allgemein unter Druck. Man preist hier natürlich schon mal ein sehr negatives Szenario mit Trump ein. Ob das dann wirklich so kommt, habe ich schon mehrfach gesagt. Ich habe ganz große Zweifel. Weil Trump verspricht alles. Er wird alles nicht halten können. Auf alle Fälle möchte er aber keinen Rebound der Inflation haben. Und daher mal gucken, ob er die Strafzölle überhaupt so umsetzen kann. Aber mal sehen. Momentan Unsicherheit getrieben. Wir haben hier auch den VDAX, also den DAX Future. Gestern waren wir mal kurz unterhalb hier am No-Stop-Loss-Hunting-Fragezeichen. Unterhalb der Nackenlinie haben die 19.000 gerissen. Wird die SKS, Schulter-Kopf-Schulter-Formation, die wir jetzt mehrfach gesehen haben, aktiviert. Und laufen dann Richtung 18.700 und im weiteren Schritt Richtung 18.500. Gestern sind wir erst mal wieder hochgelaufen. Heute mühen wir uns wieder. So oder so, die Bullen müssen jetzt in dem Wochenschluss hier die Nackenlinie 19.000 verteidigen. Dann kann man auch wieder hochlaufen. Denn was wir hier auch sehen, ja, es sieht nach einer SKS-Formation aus. Aber wir haben gar nicht so große Dynamik in der SKS-Formation. Es laufen doch hier ziemlich, hier auch wieder nur gekämpft, laufen doch so mühsam nach unten. Und nicht mit der Abwärtsdynamik. Und ja, dann ist es vielleicht doch nur eine Flagge der großen Bewegungen seit August. Und wir können dann doch wieder hochlaufen. 5% hat der DAX jetzt hergegeben. Das ist schon ein guter Dip. Das ist schon ein guter Dip. Und ein auffällig großer Dip für November. Klar, Sonderfaktor im Wahl, mögliche Strafzölle. Aber die Strafzölle sind noch nicht da. Sind noch nicht da und die Unsicherheit bleibt bis Januar. Also mal sehen, wie man es jetzt hier verhalten. Bleiben wir nachhaltig unterhalb. Gestern hochgekauft war, schon ein bisschen Chance für Stabilisierung. Fallen wir aber heute runter, sind wir ziemlich schnell Richtung 18.700 unterwegs. Alles oberhalb. Und wir haben wieder diese Seitdates-Range Richtung 19.400, 19.500 tief mit der Chance danach, auch noch mit dem Jahresabschluss, es allzeithoch zu tangieren. Also entscheidende Phase auch beim DAX. Mühsam. Die anderen Performance, ich wiederhole mich zur Wall Street, aber sehr, sehr auffällig. Cetra DAX hier auch gestern wieder hochgezogen. Aber natürlich auch keine schöne Hammerkerze stehen gelassen. Die 19.000 heute im Kassa bleibt in 20 Minuten relevant. Band oberhalb stabilisieren, ja dann gute Chance. 19.1, 19.120. Erste Cluster. Im weiteren Schritt öffnen wir dann wieder die Türen Richtung 19.260. Darüber ist der Abwärtsdruck sogar wieder etwas dahin. Auch hier die Flacke mal eingezeichnet. Bleiben wir unterhalb der 19.000. Muss heute 18.900 halten. Brechen wir dort durch. Dann sieht es danach aus, dass die SKFS-Formation aktiv, bin mir nicht so sicher. Aber dass der Druck eben kommt, dass der bärischer Druck kommt und wir die Tür öffnen Richtung 100-Tage-Linie. Da ist auch wieder bei den Wochenpivot-Punkten der S2 als Kombi-Marke. Und zugleich, ich streichne es hier mal ein, und zugleich wieder die Flackenunterkante. Wird diese Tür Richtung 18.7 geöffnet werden. Also können wir uns an der 19.000 nicht halten. Reisen heute auch die 18.9. Wird ich glaube sehr warten für einen möglichen Long-Swing bei 18.7. Dann öffnet sich doch diese Tür. Im Idealfall der Bullen bleiben wir heute oberhalb der 18.9. Beziehungsweise gleich zum Start mühen wir uns schon an der 19.000 und stabilisieren uns dort. Dann könnten wir auch morgens und Happy Friday wieder Richtung 19.250, 19.300 gucken. Also der DAX, Underperformer, mühsam am Support. Heute muss da auch was kommen. Ansonsten trübt sich die Sachlage weiter ein. Gestern standen im Fokus die US-Inflationsdaten. Gelb zu sehen die allgemeine Teuerung und weiß zu sehen die Kerninflation. Die bleibt bei 3,3%. Die allgemeine Teuerung steigt wieder von auf 2,6 nach 2,3. Also man bleibt relativ stabil oberhalb der Zone der 2%, wo man eigentlich hin möchte. Und vom Hintergrund Trump, was kommt? Holt die Zeugkolle, kommen die Steuergeschenke, kommt der Stimulus, wäre das alles inflationär? Und was macht dann die US-Notenbank fett? Also die Inflation eigentlich zu fest für Trump auch, um jetzt wirklich inflationäre Impulse zu setzen. Von daher mal sehen, was dann wirklich kommt. Ich bin mir nicht so sicher, ob Trump hier so extrem agieren kann. Die Wetten für Zinssenkung im Dezember, Zinsschritt der US-Notenbank fett um 25 Basispunkte, sind hingegen wieder von unter 50% angestiegen auf über 70%. Also man sieht gute Chancen, dass man in den Jahresabschluss nochmal eine Zinssenkung sieht, weil eben die Inflation verfestigt. Ähm, ja nicht verfestigt, weil sie Richtung nah an der Zielzone ist, aber eben die Gefahr, dass sie sich verfestigt auf zu hohem Niveau und die Unsicherheit mitnimmt. Aber die US-Notenbank, ihr wisst, datenabhängig um was Trump macht. Das muss als ein Gesetz gegossen werden, dann reagiert man. Da ist er meistens hinter der Kurve. Aber es ist, wie es ist. Also Trump kann man jetzt einfach noch nicht zu sehr bewerten nach seinen Worten. Das müssen die Taten sein. Und ja, da machen jetzt auch diese Doom-Shorts wieder die Runde. Hier hellblau zu sehen, der aktuelle Verlauf der Inflation ist ja gut zurückgekommen. Läuft die Richtung Zielzone. Der Trend besteht. Deswegen haben wir auch die Zinssenkung begonnen. Aber die Gefahr, dass diese Stabilisierung, die wir jetzt haben, mit einem neuen Hochpunkt dahergehen, so wie damals in den 70er Jahren. Dieser Doom-Short macht die Runden. Ich habe aber Zweifel. Trump wurde gewählt, weil die Inflation noch zu hoch war. Und wenn Trump jetzt im ersten Jahr erstmal richtig inflationär auftritt und wieder hochpusht die Teuerung und vor allem den kleinen Mann und auch die kleine Frau in den USA belastet, ich weiß nicht, ob das so ein gutes Zeichen wäre für seine Präsidentschaft. Also eigentlich kann er nicht so auftreten, wie er spricht. Von daher mal sehen, ob er vielleicht nur viel heiße Luft gepluppert hat. Ähnlich wie in seiner ersten Amtsperiode mit größtem Handelsdeal aller Zeiten in China, wo nie was kam, dass es auch mit den Strafzöllen sozusagen ist. Und dass das eine ewige Verhandlung wird und man sich auch nicht traut, mit einem Vorschlaghammer, mit einem Zollhammer dazwischen zu gehen. Das ist, glaube ich, mein Szenario, weil eben er kann sich eine hohe Inflation nicht erlauben. Und wenn er so auftritt, ja, meine Güte, dann ist der Rest eben sowohl alles egal. Aber das glaube ich nicht. Ich glaube, wir werden nicht sofort große Strafzölle sehen, sondern viele, viele zähe Verhandlungen. Vielleicht gibt es da dann auch mal neue kleine Abkommen. Das kann sich ewig hinziehen. Also an den Riesen, was jetzt alle, auch mit dem Doom-Short hier, was jetzt alle wieder sagen, dass Trump hier die Mega-Zollkeule rausholt, die deutsche Autoindustrie am Boden etc. Ich glaube daran nicht. Ich glaube nicht daran, dass er diese Mega-Zollkeule rausholen wird, weil er seine eigene Präsidentschaft sofort untergraben würde. Er wurde gewählt, die Inflation zurückzuholen. Und nicht, um die Inflation wieder zu verdoppeln. Und das wird der Punkt sein, warum seine Worte ganz schnell wieder Schall und Rauch sind. Und gestern war das die Wahrheit, morgen ist halt das die Wahrheit. Von daher, ab Januar wissen wir mehr. Aber ich glaube nicht an das ganz negative Szenario. Wem würde denn die Strafzölle besonders belasten? Mexiko, Vietnam, Kanada an den Top stellen. Ja, wo ist denn Deutschland? Gar nicht so weit oben. Wir stehen ja unter den Top 10. Also vielleicht preist Deutschland auch so viel negatives Szenario ein. Und vielleicht kommt ja gar nicht diese ganz große Zollkeule. Bisschen mein Basisszenario. Und da könnte Deutschland vielleicht doch sich wieder etwas stabilisieren. Grafik habe ich aber auch im Traders Club gepostet. Was wir ein bisschen haben, ist die Gier vor allem an der Wall Street. Die US-Haushalte, wie sie ihre finanziellen Mittel investieren, 30% in den US-Aktienmarkt hier unten in Europa zu sehen. Deutlich niedriger. Die USA bewegt sich schon auf Allzeithochniveau. Jeder muss dabei sein im Markt. Fast das höchste Niveau seit der Euphoriephase nach Corona. Und Europa, ja, so richtig will ich nicht, ist alles Betrug. Ist natürlich auch schade. Gesund ist es schon, auch am Aktienmarkt an der Entwicklung teilzunehmen. Aber in den USA, das auf Allzeithochniveau, ist auch so ein Punkt, wenn jeder dabei sein möchte. Auch die letzte Hausfrau sagt mir ja, so schön ist es eigentlich die Phase, dann den Markt zu verlassen. Aber vielleicht haben wir ja eben noch ein bisschen Zeit. Auch die Erwartungshaltung in den USA, dass die Märkte sich in den nächsten zwölf Monaten weiter positiv entwickeln, auf Rekordhoch. Also wir haben gierige Tendenzen in den USA. Das muss man immer wieder unterstreichen. Gierige Tendenzen. Wir haben ein hohes Bewertungsniveau. Und wir haben viel Unsicherheit mit Trump. Ich bin da sehr gespannt. Ich bin da sehr gespannt. Wie gesagt, ich glaube, das gierige kann noch extremer werden in den Jahresabschluss, weil wir einfach Sonderfaktoren haben, die jeder stützen. Aber im neuen Jahr, ich glaube, es wird nicht so einfach. Und es wird für Trump auch nicht so einfach. Denn das, was er alles so gesagt hat, das muss man erst mal so umsetzen. Und wir haben das Gold-Löckchen-Szenario immer eingepreist. Inflation zurück. Wachstum ist da. Jetzt kommt Stimulus mit Trump. Steuersenkung kommt. Bücher, die paumier ab. Inflation fällt ja auch noch weg. Das hat er alles versprochen. Und das passt alles nicht zusammen. Also wir haben das Gold-Löckchen-Szenario eingepreist und alle sind euphorisch, dass das so wird. Mal sehen. Also Stimulus, ja, auch wenn er Mehrheiten hat im Seminat und Kongress, aber die Republikaner gucken genau aufs Defizit. Ich weiß nicht, ob er die Mehrheiten dann wirklich hat und ob er dann wirklich dann inflationär auftreten kann mit Strafzöllen und Stimulus. Also ganz viele Fragezeichen. Ich bin mir nicht so sicher, ob das positivste Szenario, was wir skizzieren, wirklich auch im 2025 kommen mag. Also kurzfristig, ja, ich glaube, das extreme Jahresendränge Richtung 6100 S&P 500. Daran glaube ich definitiv, dass das Extreme noch weiter gedehnt werden kann. Aber im neuen Jahr, mal gucken, vielleicht wird da der Bullenmarkt auch mal konsolidiert. Denn die Märkte sind wirklich gut heiß gelaufen und alle wollen dabei sein in Amerika. Die Investitionen in den Aktienmarkt im privaten Sektor sehr hoch und die Stimmung für die nächsten zwölf Monate sehr hoch auf Rekordniveau. Termine heute gucken wir nach BIP-Daten. Eurozone werden gemeldet. Vielleicht gar nicht so schlecht. Und Anträge Arbeitslosenhilfe. Und 21 Uhr die Rede vom Fed-Chef Paul. Ich glaube, es wäre so eine Diskussionsrunde. Also eigentlich glaube ich, es ist genau einer Woche nach den geldpolitischen Entscheidungen der Fed, der wird nicht anders auftreten. Er wird genauso auftreten, könnte er ein Non-Event werden. Es ist auffällig, wenn erst kommt, berät er eine Woche vorher, berät er sich mit dem Rat, bringt die geldpolitischen Beschlüsse. Und dann tritt er irgendwo in der Pressekonferenz auf eine Woche später und sagt was anderes. Das tritt eigentlich nicht auf. Also meistens ist das dann identisch, identischer Wortlaut. Von daher glaube ich, hier wird nicht viel Negatives reinkommen. Und wie ist er denn so aufgetreten vor einer Woche? Leicht doofisch. Also nicht so negativ für den Aktienmarkt. Kann gut sein, dass es dann vielleicht die Grundlage gibt für den Happy Friday. Freitag haben wir da noch wichtige Einzelhandelsumsätze. Die werden natürlich auch noch sehr spannend. So, das soll es gewesen sein mit dem kurzen Market Briefing. Alle weiteren Informationen gibt es dann wie immer im Traders Club. Ersten Link in der Videobeschreibung. Kommt gerne mit hinein. Würde mich freuen. Letztendlich bewegen sich die Märkte ziemlich in den Erwartungen. Die große Differenz Europa-USA ist auffällig und leider negativ auffällig für DAX und Co. Aber die Wall Street bewegt sich genau in dieser flachen Konsolidierung, die wir immer wieder angesprochen haben. Mit der guten Chance, dass man sie auf der Oberseite auflösen kann. Zum morgigen Happy Friday Fragezeichen. Wenn die Bären was dagegen haben wollen, muss das heute kommen. Heute muss es kommen. Die Volatilität Index, der bereitet sich schon vor auf den Happy Friday. Die Anlehrerenditen, ja, die sind ein bisschen das Haar in der Suppe. Die müssen heute zurückkommen und dürfen nicht weiter steigen. Steigen sie weiter, dann kann die ganze Sachlage doch noch umgekehrt werden. Aber das haben wir alles besprochen. Ich wünsche euch einen guten Start in den Handelstag. Wir sehen uns, muss gut, bis bald und ciao. Ich wünsche euch einen guten Start. Untertitelung des ZDF, 2020